Hey, ich bin Francesca. Ich mache die Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft in der Psychiatrie Basel-Land. Ich zeige euch jetzt, was meine Aufgaben sind. Als Fachfrau Hauswirtschaft bin ich in verschiedenen Bereichen, wie in der Reinigung, Wäschversorgung, Küche und Restaurant tätig. Ich erledige aber auch administrative Aufgaben. Interessant in der Psychiatrie Basel-Land ist, dass ich auch in der Privatklinik tätig bin, was mir besonders gut gefällt. Ich habe jeden Tag mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Das gefällt mir und macht meine Arbeit interessant. Ich werde sehr gut betreut und unterstützt, sodass ich die gelernten Tätigkeiten in der Praxis gut umsetzen kann. Eine besondere Freude bereitet es mir immer wieder, wenn Patienten meine Arbeit schätzen. Und wenn ich euch mit diesem Einblick überzeigen konnte, dann bewerbe ich euch jetzt bei der Psychiatrie Basel-Land. Wir sehen guys. Bis zum nächsten Mal.